Wir stellen den brandneuen Smart Web OS Camping TV von Falcon Technology vor. Dieser 19 Zoll Smart TV eignet sich für eine Reihe von Umgebungen und wird entweder mit 12 Volt, 24 Volt oder Netzstrom betrieben. Das bedeutet, dass es für Touren in Freizeitfahrzeugen, Schiffsumgebungen, Transportfahrzeugen oder statischen Ferienhäusern geeignet ist. Das entspiegelte Display hat einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und ein Kontrastverhältnis von 3000, 1. All dies bedeutet, dass der Bildschirm bei Tageslicht und in extremen Winkeln sichtbar ist und eingestochen scharfes, klares Bild liefert. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 13,6 und 60 x 768 Pixeln und kann in HD-Qualität dargestellt werden. Der integrierte Tuner kann DVB-THD-Digitalsignale empfangen und ermöglicht es dem Zuschauer, mithilfe des intuitiven Programmführers das TV-Programm zu durchsuchen, um zu sehen, was läuft und was als nächstes kommt, unabhängig vom Standort. Mit dem eingebauten Satellitenempfänger ist Freesat in ganz Europa mit dem gleichen Clan eingebauten Programmführer verfügbar und sowohl der Freeview als auch der Freesatuner können auch digitale Radiokanäle empfangen. Der Fernseher verfügt außerdem über einen eingebauten Multiregion-DVD-Player, der Unterhaltung bietet, ohne dass ein TV-Empfang oder eine Internetverbindung erforderlich ist. Stecken Sie ein USB-Laufwerk in eine der beiden USB-Büchsen und auch auf dem USB-Laufwerk gespeicherte Videos, Musik und Bilder können angezeigt werden. Verbinden Sie den Fernseher mit einem Wi-Fi-Netzwerk und die integrierte WebOS-Plattform bietet Zugriff auf Streaming- und Catch-Up-Dienste. Wenn neue Anwendungen veröffentlicht werden, werden sie im integrierten App-Store verfügbar und bieten Ihnen einen zukunftssicheren Fernseher. Der Fernseher verfügt über eine große Auswahl an Anschlüssen. Drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Anschlüsse, ein AV-Eingang, Bluetooth und Wi-Fi ermöglichen den Anschluss von Zubehör wie Soundbars, Medienspeicher und kabellosen Lautsprechern. Der Fernseher verfügt außerdem über eine Standard-WESA-Befestigungsmöglichkeit auf der Rückseite und wiegt nur 2,7 kg, so dass die Montage dieses Fernsehers in einem LKW, Boot, Wohnmobil oder Wohnwagen problemlos möglich ist. Soundbars und kabellose Kopfhörer können über Bluetooth 5.0 verbunden werden, was einen verbesserten und angereicherten Klang ohne Latenz bietet. Sie können jedoch auch Soundbars anschließen, die ARC über den HDMI-Ausgang oder sogar über den digitalen optischen Audioausgang unterstützen, um das Audio-Potenzial zu maximieren. Der Fernseher wird komplett mit einer Schnellstartanleitung, einer Fernbedienung, einem 12-Volt-Netzkabel und einem Netzteil, einem AV-Kabel, Schrauben für den Sockel und einer Weserhalterung geliefert. Auf dem Bildschirm sind nun einige der wichtigsten Spezifikationen des SmartWebOS Camping TV von Falcon Technology zu sehen. Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen!